So und da geht es auch schon weiter mit Kapitel 10 ist es glaube ich jetzt nur ein Ausweg und da bin ich mal gespannt jetzt müssen wir natürlich hier die ganzen Gegner die jetzt hoffentlich kommen oder die auf jeden Fall kommen müssen wir jetzt alle mal besiegen und da sind schon 10 Stück, na gut es sind keine 10 aber ach komm das packen wir auch so der war doch Headshot Digga ich hab gar keine Aimcard egal einfach reinwaschen Digga so die werden denke ich erledigt jetzt geht es mal weiter nach oben so was hat der noch gehabt der hat einen Sniper gehabt sollen wir die mal holen komm wir holen die mal so Ups stirb so jetzt geht es hier weit oh da ist noch mehr ja gehen wir da mal mit und so ja ich bin hier schon auf dem Weg ja die Voll die brauchen wir jetzt mal nicht ja die FAL oder mir egal ich sag immer Voll einfach so random ah Granate gut das heißt sie kommen von da so eins zwei zack zack so die sollten glaube ich reichen nein die Schrotze wollte ich nicht aber die Granaten sind nicht danke so gehen wir hier unten so komm du kannst jetzt auch noch fressen der soll auch tot sein ja ja wieviel kommen dann noch gehen wir mit der Pistol rein so ist der auch tot ja der ist auch tot so ja Granate schon wieder nicht mit mir kommen da noch mehr ja wieviel kommen da bitte wieviel Gegner der einfach Lazariewicz hat also wieviel wieviel Gegner der hat ich meine wieviel Einheiten der einfach hat das waren jetzt bestimmt schon 50 Stück oder so so und da kommt noch mehr ich mach da immer eine Granate mal hoch so ups gehen nach oben lang muss ich jetzt ernsthaft die Treppe da hoch ne du triffst mich nicht oh man so dann eben so sie sind verschwunden wo sollen sie sonst sein ach Mist so den haben wir da oben ist auch noch einer drin so den haben wir auch so der ist auch der ist auch tot so stirb jetzt der tot so waren es alle ja das waren so schnell zu ihnen noch müssen wir nicht aufsammeln wir kommen schon wir müssen schnell weiter er kann nicht ich bin okay das sehen okay das wird schon wieder okay kannst du stehen ich glaub schon okay komm ich helf dir nein 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 lass sie die Kamera ist hin und auch Nate er schafft das schon stimmt's man okay komm mach die Tür auf er schafft das niemals er muss hier bleiben was nein endlich die Tür auf Chloe du bringst uns doch alle um so und da sind wir bei Kapitel 11 in Bewegung und dann mach ich jetzt nochmal einen kleinen Cut rein und dann sehen wir uns direkt wieder ja Vielen Dank.